Bis wann muss die Deutsche Rentenversicherung über einen eingelegten Widerspruch entscheiden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es gibt grundsätzlich keine gesetzlichen Fristen, bis wann die Deutsche Rentenversicherung über einen von Ihnen eingelegten Widerspruch entscheiden muss. Gibt es nirgendwo. Es steht also nirgendwo sechs Wochen, sechs Monate, drei Monate oder so. Es steht nirgendwo im Gesetz geschrieben. Diese Aussage, die ich jetzt gerade getroffen habe, die steht auch nicht im Gegensatz zu den Kernaussagen im § 88 Sozialgerichtsgesetz. Denn der § 88 gibt Ihnen nach Ablauf von drei Monaten, nach Ihrem eingelegten Widerspruch, das Recht gegen die Deutsche Rentenversicherung, eine sogenannte Untätigkeitsklage einzureichen. Wenn Sie also vor drei Monaten einen Widerspruch gegen einen Rentenbescheid eingelegt haben und die Deutsche Rentenversicherung hat immer noch nicht entschieden, dann können Sie nach § 88 Sozialgerichtsgesetz eine sogenannte Untätigkeitsklage einreichen. Zwingend Voraussetzung ist aber, dass die drei Monatsfrist vorbei ist. Der § 88 sagt nicht, dass die Deutsche Rentenversicherung innerhalb von drei Monaten entscheiden muss, sondern er gibt Ihnen das Recht, dann eine Klage einzureichen, wenn die drei Monate Bearbeitungsdauer überschritten sind. Jetzt haben wir natürlich Corona. Ja, und da dauert das auch alles ein bisschen länger. Und deswegen sollte man da vielleicht auch ein bisschen großzügiger mit der Deutschen Rentenversicherung umgehen, eventuell auch mal nachfragen, Mensch, wie ist denn der Bearbeitungsstand, warum dauert das so lange, muss ich noch irgendwas tun, brauchen Sie noch Informationen und so weiter. Aber wenn die Deutsche Rentenversicherung spätestens nach einem halben Jahr hier nichts macht und es passiert einfach nichts, dann müssen Sie Druck aufbauen und mit der sogenannten Untätigkeitsklage drohen. Aber nochmals, ich wiederhole, es gibt keine gesetzlichen Fristen, die die Deutsche Rentenversicherung von vornherein zwingt, innerhalb von drei Monaten einen Widerspruch zu entscheiden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Wir sehen uns beim nächsten Mal.